Was ist der Tatverdächtige? Was ist der Tatverdächtige Gewaltmonopols gegenüber Personen Gewalt anwenden darf? Ein nicht hinnehmbarer Zustand. Viele andere Bundesländer, aber auch andere Staaten haben sich daher entschieden, Polizisten eineindeutig so zu kennzeichnen, dass sie identifizierbar sind. Wir wollen das auch für Sachsen, auch vor dem Hintergrund, um das Vertrauen, was in Teilen der Bevölkerung in den letzten Monaten in der Polizei verloren gegangen ist, wiederherzustellen.